Ja, Fahrhand. Jawoll! Jawoll! Rein! Schön, Eckball geholt! Schade! Hat er aber nicht. Nee, da hat er auch keine Angst gehabt. Aber da war... Hätte, hätte, hätte. Leute! Jawoll! Klären! 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 Leute, traut euch doch mal zu schießen nach vorne! Komm Alex, geh mit! Schön! Reicht! Ja! 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 1! Und noch mal! Da geht noch! Robby! Robby muss jetzt rein! Ey, mach du, geh doch mal weg da! Das war frei. Ich geh dran! Ich war auf. Ich war auf. Ja, Mann! Ach nicht, Mann! Ja, Richard, Richard! Richard, du drehst! Na, nee, die war richtig. Wenn du das mit ihm dann machst, den kannst du auch! Komm, Philipp, Körper rein! Außen, Richard, komm hierher, kann er einen Bayern spielen. Jawoll, Philipp! Weitere streng doch mal aus jetzt! Sieht doch katastikal aus! Stimmt. Mit Rum bekleckern sie sich nicht. Vielleicht sind sie ein bisschen am Ökiger, ne? Das sind sie wahrscheinlich am Gewinn dazu. Robert! Kenneth, zum Ball bewegen! Kenneth, komm! Jawoll! Jetzt aber! Jetzt? Jawoll! Sauber, Jungs! Schön gesehen, Alex! Leute, Kopf hoch! Herrscher, komm weiter! Lass den Kopf nicht wieder hängen! Ja, aber wahrscheinlich Sonne geblendet! Der war abgefälscht noch, ne? Ja, war er auch. Den hat er abgefälscht noch. Wir haben sie kaum in Polzern an Schiffen, in der inneren Dritten. Jawoll. Alex. Jawoll, Alex. Ach, schade. Den hat er noch. Alles gut. Das ist okay. Nee, Angelina hat es zweit hinten. Alles gut. Jawoll. Ah. Jawoll. Schön, Finn. Genauso. Leute, die Mitte kann nicht frei sein. Sieh doch frei. Hey! Mal stehen! Mal stehen! Mal stehen! Mal stehen! Mal stehen! Mal stehen! Warum bleibt ihr hier da stehen? Alex, Niklas, Finn und Philipp, warum bleibt ihr stehen? Arbeitet ihr doch nicht zurück? Buben! Na. Nimm dich. Du gehst, Lukas, Rauch! Leonie, rauch! Feier! Ja, da war es zu schwach. Schade! Romy, bitte rein! Bleib, 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 bleib! Ja, schade! Egal! Egal! Heute Bewegung! Heute noch Torwart! Heute noch Torwart! Heute noch! Heute noch Torwart! Alex schießt! Philipp! Auf die vier! Heute noch Torwart! Feuer! Jawohl, egal! Abschluss war da! Heiter! Heiter! Die Mitte ist schon wieder fern! Jawohl, Leo. Sehr gut. Okay, geht. Nicht unten auf dir. Schön. Rishi! Robi, geh bitte! Ach, schade. Immer dranbleiben. Jawohl, reicht. So Leute, sortieren. Jeder hat einen. Es ist welches Sieg. Wir sind noch nicht los. Jetzt sind wir das Klingel. Ich bin noch nicht los. Hier hat doch jeder einen Gegenspieler, oder? Laufen, laufen schon, genau. Jetzt haben wir, jetzt haben wir. Mal! Weg, du Mann! Weg! 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 Sehr schön, Angelina! Super! Someーー! Jaaa! geez hat! Ich binということin! Willkommen bei der Resefreischverleihung. Der heutige Sensationspreis-Geser. Jetzt ran an eure Männer. Joshua! Ah, Alex! Klären! Fynn! Bleib, als Sturm schwitze. Fini! Komm, Fini, nur deiner! Jawohl, komm! Und jetzt du! Feier! Ich hab doch keine Angst! Ich hab keine Power in den Ball. Alle, alle, alle! Leute nehmen! Feier! Schade! Leute nehmen! Bewege! Leute, hier steht einer und guckt ihm an! Jetzt passt den Ball jetzt da raus! Mann, ey! Pennt aus jetzt! Ihr müsst jetzt bewegen! Alex, komm, jetzt waren wir richtig lang. Philipp, wieder vor das Tor! Komm! Rommi, komm mit hin! Wir sind da mal die Beine! Niklas, rücklau! Rennet mit! Jetzt geht der zum Ball! Schade! So, zurück, Leute! Jeder hat einen! Jeder hat einen! Was für Anbieter! Die Aldi-Frisseknaller! Dieses Wochenende Mäh-O-Mannes-Alat-Herz-Stück! Freierpackung von Aldi-Preis von 59 Cent! Jetzt zu Aldi und fahren! Jeden Tag besonders! Einfach Aldi! Geht vorbei! Geht vorbei! Geht vorbei! Zum Ball! Rechts miteinander! Komm Alex, hol die wieder! Aus deiner helfen! Jawoll! Zum Ball! Jetzt hab' auf! Feuer! Rechts! Feuer! 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 Ich schaue nicht hervor und siehst du noch was passiert! Ach! Schaue nicht! Ja, wie ist das? Was ist das? Ja, wie ist das? Das war gut! Komm weiter! Alles gut! Mann, Luki! Neon, Neon, Neon! Luka, geh einfach! Komm, Luki! Schneller, schneller! Mach mal, mach mal! Gute Feder, Alex! Nicht schnell! Komm, komm, komm! Komm hier! Sehr schön, Lukas! Pass auf! Hand! Weiter! Hey, Schiri! Das war Handspiel! Alex hat nicht den Ball gehabt. Auf die Bälle da wegzuschießen, Mensch! Macht euer Kind Sinn! Schneller! Los! Zurückarbeiten! Feuer! Komm da doch! Jawoll! Sauber! Komm! Nee, der Stang doch! Ah, schade. Leute nehmen! Alex, wir sind so tustig! Ey, wir sind rein! Schade. So. Schade. Klären. Jawohl, reicht. Schönen guten Abend. Schade. Schade.